Diablo-NPCs, wenn mal Frieden herrscht. Ah, ihr seid neu hier im Dorf des Grauens, oder? Ja, wir sind gerade in die Felder des Elends gezogen, direkt hinter der Kapelle der abscheulichen Qualen. Ah, ich wohne hier direkt im Tal der Angst. Ich betreibe die Taverne zur aussichtslosen Leere. Und woher kommst du? Aus dem Land der schrecklichen Schmerzen. Wir wohnten da in der Bucht des Hasses. Hm, ich war mal im Urlaub im Wald der Verzweiflung. Das ist doch da um die Ecke, oder? Ja, direkt hinter dem Fluss der fürchterlichen Bestrafung. Was gibt's denn eigentlich hier, was man so abchecken sollte? Oh, vieles. Der See der Sünde ist sehr schön, jetzt im Frühling blühen die Blüten der Misskunst in den Feldern der Rache und der Pfad der Volter hoch zum Berg der unheilvollen Vernichtung lohnt sich, weil von da hat man eine wunderschöne Aussicht auf das Tal der Seuche. Das muss ich mal auschecken. Ich kenn mich hier ja noch nicht so aus.